Hallo, ich bin Kerstin Klink, Physiotherapeutin und zeige euch heute eine Kniebehandlung mit Hilfe des Klimis. Mit meiner rechten Hand creme ich die Patientenhaut ein. Ich beginne an der Medialseite des Knies, nämlich mit dem Pes Anserinus, übergehend in den Adduktorenkanal. Zunächst halte ich den Klimi quer, um mit der Kante den Pes Anserinus auszustreichen. Sobald ich in Richtung Gelenk komme, lasse ich den Druck nach, drehe den Klimi und kann so punktueller den Adduktorenkanal entlang gehen. Ich wiederhole nochmal. Mit der Kante behandle ich den Pes Anserinus, lasse den Druck nach, wenn es übers Gelenk geht und behandle dann mit der Nase des Klimis tief im Adduktorenkanal. So werden sämtliche Verklebungen und Myogelosen gelöst und Stoffwechselabfallprodukte können besser abtransportiert werden. Um die laterale Spannung des Knies zu entlasten, behandle ich den Traktus Iliotibialis. Erst wird wieder die Haut mit Lotion eingerieben, dann setze ich erst den Klimi quer auf und streiche den kompletten Traktus Iliotibialis von Proximal nach Distal aus. Die kleinen Ruckelbewegungen, die ihr seht, sind die Verklebungen. Ihr seht, sogar durch den Klimi spüren wir Therapeuten, wo die Verklebungen sind. Das war eine flächige Behandlung mit der Kante, ich kann aber auch mit der Nase etwas präziser arbeiten. Das heißt, ich halte den Klimi so und kann genau die Verklebungen wieder spüren und vielleicht auch ein paar Mal öfter drüber gehen. Bis zum Ansatz. Um den Traktus Iliotibialis faszial vom Bizeps Femuris zu trennen, nehme ich gerne die Kantenseite, die Nase, setze punktuell auf zwischen den beiden Faszien und erhöhe die Mobilität zwischen den beiden Faszien. So bekomme ich auch eine laterodorsale Entspannung des Knies. Außerdem entlaste ich somit das Fibula-Köpfchen. Um die Dorsalseite des Knies zu behandeln, werde ich wieder die Rückseite mit Lotion einreiben. Und wieder mit der Kante des Klinis großflächig die ischiochrorale Muskulatur ausstreichen. Ich gehe hierbei bis zur Kniekehle und nicht drüber. Ich beginne proximal und gehe langsam nach Distal. Um die Faszien gegeneinander zu mobilisieren, benutze ich die Nase. Das heißt, ich drehe den Klimmi, setze die Nase auf und streiche wieder von proximal nach Distal. Ich benutze hierbei nicht meine Finger, die sind völlig entspannt, sondern arbeite ausschließlich mit meinem Körpergewicht. Ich gehe ein bisschen lateraler und streiche auch hier wieder von proximal nach Distal. So kann ich die komplette Oberschenkelrückseite von Myogelosen und faszialen Verklebungen befreien. Infos und Wissen über den Klimmi seht ihr im Link. Benutzt ihn, eure Hände sagen Danke! Danke!